Wo soll ich Playstation Live eingeben? Ja, bei Playstation Live. Gib mal Minecraft ein. Ich hab kein Minecraft. Du musst auf Playstation Live gehen. Ja, wo ist denn Playstation Live? Ja, bei... Du musst... Auf TV und Video. Nee, Live von Playstation. Ist bei dir nicht Live von Playstation? Nein. Das ist auch so ein blaues Kästchen, wie beim Internetbrowser. Das sind so neun Kästchen und da ist so ne Kamera vorne drauf. Kann sein, dass ich jetzt grad so dumm bin. Findest du das nicht? Ja, ich hab jetzt keinen Bock das gerade zu suchen. Okay. Ich hab jetzt gerade einen Live-Stream gestartet, aber okay. Ja, wir enden nicht den Live-Stream hier wieder. Hey, mir schaut einer zu. Hallo. Ja, das ist mega. Na, ich hab jetzt, ich hab dich geriert. Ja, dass ich gerne. Danke. ... Vielen Dank.